So dann machen wir hier ganz sauber und ganz spritzig weiter. Sehr schön. Los geht's. So, genug Leute sind da. Und werden wir hier gleich mal spritzig A einnehmen. Boah. Sehr schön. Und die können wir auch hier einnehmen, wenn es klappt. Fahrzeug, Fahrzeug, Fahrzeug. We have taken objective, Edward. We have taken objective, Duff. die knarre war kacke gut dann rennen wir mal wieder zu b ach schade nur eine map im bett gefühlt na komm da fahren wir hin warte mal wir fahren doch zu die wo was los da bringt mir alle punkte warte ja gut aussagen zu c ja we have taken objective charlie ja c wurde schon eingenommen sehr schön wo kommt das her wir haben die 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 Alter, das waren meine Punkte, scheiß Hugensohn, Alter. Alter, das war ein 500-Punkte-Tick-Verloren-Hab, verfickte Hugensohn-Schwein. Ist immer das gleiche Mann, Alter, echt. Stürb, du Hugensohn, Alter. Komm, Bewegung, Bewegung hier. Seilig. Ah, schau da, eigentlich. Scheiß Drecksgas, Alter. Rinn hier, Leute, rinn hier. Die ganzen Hugensohn machen wir hier alle fertig. Na, da oben, ey. Sehr schön. Oh, du hast nur 30 FPS, ist immer traurig. Na, schön, wie sie alle dastehen, ey. Gehen wir mal da hin und dann rennen wir mal zu RB wahrscheinlich. Ach, jetzt messen sie wieder, jetzt messen sie oben wieder ihre, ihre Schwänze da oben, ey. 70 FPS, 100 FPS, 115 FPS. Und ich hab den dicksten Kümmel der Welt. Oh, Mann. Wir haben ihn heute auch erledigt. Wahrscheinlich hat er 160 FPS, weil er auf Ultra nicht gespielt wird. Das ist nämlich der kleine Unterschied, mein Freund. Ich hab den coolen Kopf, Alter. Immer schön schmeißen. Ja, geil. Jo, also zur F. Wahrscheinlich mal. Spritzen. Okay, also doch wieder zur C. Äh, war hier nicht einer? Oh, Mann, ey. Ah, alte Camper-Sau. Bewegt dich bloß nicht, ey. Mann, nun komm doch mal hier aus dem Arsch, Mann. Mann, das ist ja belastend, das Baderei, ja. Ey, gehst du mal hier hoch oder bist du Querschütze lebend, Alter? Wir haben letzte Objektivität. na, hier holt's die mal halt, glaub ich stirb, alter shit wir könnten F machen und dann können wir mal zu G rennen, wenn's klappt oder wir springen da ins Fahrzeug mal rein der ist nämlich grad da, nein, näher ja, sag dich kitzeln, ja, wie gefällt dir das? ja, dich kitzel ich auch, alter ja ja was hältst du davon? na, das hat euch gefallen, na, na so, weiter ja 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 ja, so muss jetzt sein, weiter ja, komm schon, komm, ab zu A ja 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 Ich mach mal wieder zur E Ey, Alter, lass mich mal fahren hier Fuck Ich bin ja nicht so schön in der Luft, die jagt den Arsch, ey Äh, sieht aber gut aus, 160 Punkte da oben Boah, ey, Drecksfahrzeug Gucken, ob er ne F, äh Oh, der ist ein Arsch, ey, fuck Naja, du bist so ein Hurensohn Ah, A wird ein, also renne ich mal zur A We have taken objective Freddy Naja, war mir klar, dass du mir folgst, ey Der ist dann halt durch die Luft hochgezogen, du Okay, äh, F haben wir Boah Boah Hab's zu geh We have lost objective apples We have lost objective butter Oh, du bist mir zu lahm, Asche, Kollege We have lost objective, George We have lost objective, George Hey, dreh dich doch mal Oh, bist du behindert, ey Du unfähiger Mensch, Alter We have lost objective, George We have taken objective apples Schon ausgeschrieben, der Hurensohn, Alter Schon ausgeschrieben, der Hurensohn, Alter shepherd Better durchverdammt We have taken objective butter Duke, ey Duke, ey Wie sieht's denn aus? Na, sieht doch schick aus Naja, ist ja eh vorbei Wunderbar die 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 sehr schön wunderbar sehen wir uns auf jeden fall in der nächsten sauberen spritzigen runde wieder also oder rein bis dann